Dieser Streamer hat einen riesen Fehler gemacht. Neben dem Nukeskin gibt es eine Sache, die jedem Spieler zeigt, dass du der größte Schwitzer der Lobby bist. Diese Visitenkarte. Sie zeigt nämlich, dass du 30 Kills in einer Runde schaffst. Und MadZ5 hat mit mir um 100 Euro gewettet, dass er diese Visitenkarte vor mir bekommt. Einzige Problem, eine Woche Zeit, um diesen Rekord zu knacken. Die Woche hatte sehr viele Höhen und Tiefen. Ich hätte mal ganz kurz gekillt. Ich bin oben gewesen. Ah, jetzt habe ich mir das Knie angehört. Und mit nur noch 30 Minuten auf der Uhr übrig, passiert sie dann diese Runde. Ich habe gepinkelt und ich habe noch einen Löffel vom Kartoffelpüree genommen. Ja! Hier unten, knackt. Das ist für die 40er. Nein! Nein! Es ist auf die Brinziger!